ich sehe mich im Doppel gesehen ja ich finde ich nicht schön dass ihr rumgewinst Niii Niii dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht ist nicht bereits dieser Einrichtung selbst eine Art von Test Glückwunsch zum Abschluss des Tests was? achso doch das geht hast du vor? was machst du da eigentlich grad? was denn? nix ach doch warte ich komm hoch ah ne ja du musst dein Ziel hinsetzen und halt muss man uns nicht da einsetzen doch nein meinst du schaust du? meinst du schaust du? von oben ja ich spring natürlich gleich hinterher klar siehst du so schnell ging das voll gierig ja 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 schau mal kurz dann ist da ne fläche und siehst du warte siehst du die fläche warte ja ja dann mach mal warte das ging ja gar nicht ach doch ach doch äh ja ähm war da sonst noch was? ne aber nix mehr warte mal mach mal dein Portal bitte hier hin damit ich mal rüber gehen kann ne mach ich nicht mach meinst da mal siehst du hier von oben so schlecht warte mal so da fliegst du dann ganz schnell nach unten und neu was? ne äh also heute das jetzt? ist das nicht macht spaß mach mal ne Portal einfach weg machen ah mhm dahin kommst du das kannst du nicht sehen ne das geht so nicht doch das geht du musst nochmal rüber und ich muss gleich wenn du drüben bist ähm warte ne konntest du da irgendwo stehen passend? nein ich fall hier runter setze mal das Portal rein dann wirst du halt für die Wissenschaft sterben das weißt du nein will ich nicht weil das bringt auch nix du tröst das Ding trotzdem nicht so genau warte ja aber nicht für die Wissenschaft du musstest für die Wissenschaft sterben wenn die Lesestrecke nicht abschließt müssen diese Menschen sterben siehst du das bringt aber so nix du Affe ich werde jetzt auch für die Wissenschaft sterben ja ich bin so ziemlich ehrlich das war für die Wissenschaft das war für die Wissenschaft das war für die Wissenschaft jetzt gehst du hier rüber los jetzt gehst du hier rüber los jetzt gehst du hier rüber los dein ernst dein ernst Centus drück mal um Knopf warte jetzt herrmann ernst war das habe ich nicht gesehen man noch mal bitte cool weil das habe ich nämlich nicht gesehen von hier oben kann ich das ding auf jeden fall noch treffen genau drück mal das ist falsch was du jetzt gemacht hast oder eigentlich muss das ja ich habe das gar nicht gesehen da bin ich gar nicht oben hingekommen ich hätte das gelbe einfach nur umsetzen ist aber egal ich hätte dich einfach da hinten durchgehen lassen können am besten ins rote reingefallen ist auf das so klappt stimmt glaube ich nehme ich irgendwie kaum aber ich probier es aber ich habe das echt gar nicht gesehen da oben ich hätte sonst nämlich nie anders gehen können weil da oben war nämlich so ein Tor so schlecht ja blind dein ernst gerade du weißt dass es ein super speed ist ne ich weiß dass es ein super speed ist du weißt du so viel spaß was für ein abstand kommt das ding 12 alles klar muss counten machen das geht sonst nicht wenn du jetzt sagst dann kommt das später dann kann ich jetzt drücken ich dachte ich dachte läuft die treppen thank you ich sehe schon was geiles ich ahne schon was geiles lalala ja nicht nur das sondern müssen das einmal quer durch die ganzen dinge hauen auch wo du bist ich weiß warum hast du das ich das muss komplett einmal du bist so ich weiß nicht warum das gemacht hast das muss das einmal komplett durchlaufen was mache ich wohl haben wir irgendwo auf dem boden ein nein nein so jetzt gehen wir durch ja genau viel spaß beim laufen aber rechtzeitig drücken ich warte ich muss noch mal hoch auf jeden fall dann probier es mal ja toll wie soll ich wo soll ich das wo willst das denn dran schießen der vogel das rote auf den sprung fällt und dass du hier dann das gelbe setzt im richtigen moment ja dann mach aber nicht auf das hellblaue das bringt nichts weil ich renne ja da lang und nicht da lang muss doch in dem moment machen ja lass mich doch mal gerade du musst jetzt musst du genau das gleiche für mich machen aber du musst mal bitte anders rumlaufen dann ne so rum ja ja weil sonst kühlt das nicht hin sonst geht das nicht mir wird gleich schlecht nein nein meins so geschaut ja der ist rausgehüpft ihr teilt meine hingabe für die rettung gefangener weinender verletzter sterbender menschen nicht wenn euch das nicht motiviert dann weiß ich auch nicht ok dann beam ich nach unten scotty ja 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 du musst sagen das beam ich ne siri beam ich siri oh man das spiel ist schon bescheuert ey meine güte ey der ist live haben die kirche sechse dann haben wir noch zwei vom ton mhm manchmal möchten sie einen auch umbringen aber sie sind siehst du die runter jetzt nö hä da ist keine drohne du vogel doch da 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 ja toll warte mal welches hab ich denn da ich kann auch noch setzen nix das an mich nö äh äh warte mal wie wer das denn geht also einer muss auf jeden fall nichts so machen da da sind ja da ist noch eins da ist noch eins da wirst du nachher zwischen springen müssen da die sache ist aber einer muss da nämlich setzen dass man dadurch fliegt da kam ihm würfel durchgeführt ich weiß es hier mit dem würfel du glaubst es kaum wirst du hier zwischen springen müssen und nun kann sie alle abballern was wir hinten schon gesetzt ja entnissen portal ach ja vor allem da hinten ist ein portal da sollte es kleinlich umsetzen alle würfel ist jetzt schrott